Oh, vielleicht könnte ich es doch noch schaffen. 10 Kills noch. Glück auf Schatz aus dem Schachtel. Willkommen zu einer weiteren Folge No Hand to Bro Hand. Ja Leute, heute wieder mal mit normaler Warfer. Vielleicht schaffen wir jetzt endlich mal die DNA. Ich glaube es war nicht. So wie der schon wieder beginnt. Weil ich einfach ein viel zu offensiver Spieler bin. Ah, der war schön. Aber jetzt muss ich mal gucken, wo sie spawnen. Oh, danke Dicker, dass du nicht auf mich schießt, Mann. Hier oben gefällt es mir überhaupt nicht. Bin nicht offen wie so ein Scheunentor. Ja, wo spawnen sie denn? Jetzt wieder auf der anderen Seite oder was? Sehr schön. Nochmal zwei. Bestimmt auch einer da oben drauf. Scheiße, Mann. Komm raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall schaffen, Leute. Gut, ich spawn jetzt da. Jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwie scheinen nicht Gamm sind da drin. Da oben haben wir einen. Wir müssen einfach mal hier hochschauen, was da los ist. Da ist niemand. Gut. Da unten. Ist mal vorsichtig. So, den haben wir auch. Den haben wir auch. Noch einen. Mal gucken. Ist ja vorsichtig hier unten rumlaufen. Ich habe eine Drohne. Das ist immer gut. Aber jetzt fahren sie auf der Seite. Jetzt müssen wir genau aufpassen. Nein, ich wusste es. Gottverdammte Scheiße. Warum spawnt der denn auch hinter mir? Mein Gott, ey. Oh, Mann. Ja, aber die DNA kann ich trotzdem knicken. Ach, das ist so traurig. Jetzt haben wir zwei da. Da haben wir noch einen da unten. Den holen wir auch, weil er AFK ist. Schauen wir einfach mal hier hoch, was das abgeht. Gut, da kommt niemand. Da unten. Da ist einer. Da ist noch einer. Naja, 15 Kills schaffen wir trotzdem nicht mehr. Oh, Mann. Oh, vielleicht könnte ich es doch noch schaffen. 10 Kills noch. Ich glaube es doch nicht, weil das wäre ja hardcore. War einfach so verdammt klar. Weil er dann unten wieder rumschimmelt bis zum Gehtnichtmehr. Mein Gott, ey. Ich glaube, ich werde diese Scheiß-TDM-TN-A nie schaffen. Und die Gegner immer so Scheiße spielen. Also, da spielst du eigentlich so eine gute Runde. Und dann stirbst du an so Scheiß-Toten. Ey, du glaubst es einfach nicht. Ja, wären wir bei dem Thema No Hand 39 3. Ja, aber es hat trotzdem nicht gereicht für eine DNA. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Bleibt geschmeidig. Lockerflock ich von der Hälfte bis zum nächsten Video. Euer Black. Ich freu mich. Ich freu mich. Ich loop noch danach. Ich mm ih